Bei seinem ersten Auftritt seit der Flucht aus Japan hat der Ex-Automanager Carlos Ghosn schwere Vorwürfe gegen Japans Justiz erhoben. Ihm sei wegen unmenschlicher Haftbedingungen keine andere Wahl als die Flucht geblieben, sagte der 65-Jährige bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Ghosn betonte, dass er unschuldig sei. Der frühere Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi war 2018 in Tokio angeklagt worden. Er soll Finanzdokumente gefälscht und Untreue begangen haben. Laut japanischen Medien soll Ghosn in einer Kiste versteckt mit einem Privatjet in den Libanon geflohen sein. In Beirut sprach er nun von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden. Grund sei, dass er Nissan noch näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte. Einzelheiten zu seiner heimlichen Ausreise wollte er allerdings nicht preisgeben. Ich bin vor Ungerechtigkeit und Verfolgung geflohen. Vor politischer Verfolgung, nachdem ich mehr als 400 Tage unmenschliche Behandlung in einem System überstanden hatte, das mich brechen wollte und mir nicht mal ein Minimum an Gerechtigkeit zugestand, blieb mir keine andere Wahl, als mich und meine Familie zu schützen. Ich bin vor Ungerechtigkeit und Verfolgung, nachdem ich mehr als 400 Tage unmenschliche Behandlung in einem System überrascht. Ich bin vor Ungerechtigkeit und Verfolgung, nachdem ich mehr als 400 Tage unmenschliche Behandlung in einem System überrascht. Ich bin vor Ungerechtigkeit und Verfolgung, nachdem ich mehr als 400 Tage unmenschliche Behandlung in einem System überrascht.